Keshava. Keshava ist einer der wichtigen Beinahmen von Vishnu und von Krishna. Keshava leitet sich ab von Keshar. Und Keshar heißt Haar, Keshar heißt auch Parfüm. Keshar heißt auch Wohlgeruch. Keshava ist also damit zum einen der mit dem schönen Haar. Und gerade Krishna wird immer dargestellt als jemand, der schönes Haar hat, ein dickes Haar, ein wallendes Haar. Also Krishna, charakterisiert ist durch ein besonders schönes Haar und ein prachtvolles Haar. So ist Keshava auch, derjenige mit einem prachtvollen Haar. Keshava kommt aber auch von Keshar Duft und Parfüm, Duft, was überall ist. Und so wird auch manchmal gesagt, Keshava heißt der, der überall ist. Und derjenige, der überall duftet, Keshava, also derjenige, der überall Gutes bewirkt. Und daher wird oft gerade von indischen Meistern gesagt, dass Keshava Beinahme von Krishna ist. Krishna ist der, der überall spürbar ist. Der überall als Güte spürbar ist. Der überall als Schönheit und Freude zu spüren ist. In diesem Sinn, Keshava auch derjenige, der überall ist. Also Keshava, zwei Wortableitungen. Die bekanntere ist Keshava, der mit dem prachtvollen Haar. Und die zweite ist Keshava, der besonders gut duftet. Aber auch derjenige, der als Duft überall erfahrbar ist. Mit anderen Worten, derjenige, der als Schönheit, der als Freude, als Liebe überall erfahrbar ist. Keshava, Beinahme von Krishna, auch Beinahme von Vishnu. Und es gibt so viele wunderbare Kirtans, in denen Keshava dabei ist. Zum Beispiel Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Paimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Rakshamam. Ja, wenn du mehr wissen willst über Keshava oder über Krishna, dann geh auf unsere Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Gib oben ins Suchfeld ein Keshava oder auch Krishna. Dann erfährst du mehr über Krishna, über Keshava. Und gerade unter Krishna findest du einen langen Artikel, wo die ganze Lebensbeschreibung von Krishna beschrieben ist, wo du viele Bilder von Krishna bekommst und wunderbare. Mythologische Geschichten und ihre Erläuterung und ihre esoterisch-spirituelle Bedeutung erläutert bekommst. Alles auf www.yoga-vidya.de. Vielleicht kennst du auch den Leiter des Yoga-Vidya-Ashrams Nordsee. Im Jahr 2014 ist das Keshava. Und da passt auch der Name Keshava in vielerlei Hinsicht auf ihn. Om Shanti